Um die Entscheide eines Unternehmens kompetent und bedarfsorientiert zu beraten, muss man mit dem Geschäftsmodell und mit den Produkten des Unternehmens vertraut sein. Und auch mit den aktuellen Trends und Entwicklungen der Branche im In- und Ausland. Dadurch wissen wir, mit welchen Herausforderungen die Unternehmen konfrontiert sind. Durch die langjährige intensive Zusammenarbeit mit mehr als 60.000 Unternehmen aus allen Branchen der deutschen Wirtschaft verfügt die Commerzbank über eine einzigartige Expertise in zahlreichen Schlüsselindustrien. Unsere so gewachsene Branchenkompetenz, die verbunden ist mit exzellentem Produktwissen, stellen wir den Firmenkundenbetreuern und Spezialisten vor Ort zur Verfügung. So wird unser Kunde mit fundierter Expertise zu seiner Branche mit Marktkennzahlen und Prognosen über Erfolgs- und Risikofaktoren und schließlich mit den aus unserer Sicht relevanten Trends versorgt. Neben jährlich stattfindenden Veranstaltungen stellen wir unseren Kunden unsere Einschätzungen zur jeweiligen Branche in regelmäßig erscheinenden Branchenberichten zur Verfügung. Hier findet der Kunde zum Beispiel auch detaillierte Informationen zu seinem Subsegment. In Verbindung mit einer nach Branchen aufgestellten Kreditbearbeitung verfügt die Commerzbank über ein einzigartiges Branchen-Know-how. Das ermöglicht uns eine maßgeschneiderte Beratung unserer Kunden unter Berücksichtigung der strategischen und finanziellen Bedingungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 tir.